Was ist mit der Liebe in unserem Leben? Kann es sein, dass sie funktioniert? Wie oft hat es sie denn bei dir schon gegeben und wozu hat sie geführt? Ist Liebe ein Faktor, ein Teil, ein Moment oder ist sie etwas, das dauert? Muss man sie suchen und kommt es vor, dass sie irgendwo auf uns lauert? Was ist mit der Liebe? Was ist mit der Liebe? Was soll schon sein mit ihr? Sie kommt und sie geht und sie bleibt und sie dreht sich mit dir und sie dreht sich mit mir. Was ist mit der Liebe? In unseren Zeiten ist sie eine Leistung von vielen, in die wir mit Lust investieren und mit Risiko schöne Gewinne erzielen. Wie weit kann man gehen mit Liebe im Herzen und was kann die Liebe verzeihen? Was ist mit der Liebe, die Fragen stellt, ohne selbst eine Antwort zu sein? Was ist mit der Liebe? Was ist mit der Liebe? Was soll schon sein mit ihr? Sie kommt und sie geht und sie bleibt und sie dreht sich mit dir und sie dreht sich mit mir. Was ist mit der Liebe? In unserem Leben können wir sie verpassen? Und stimmt es, dass sie keine Grenzen kennt, keine Gesetze und keine Klassen? Und wen sie einmal verlassen hat, kann der sie wieder finden? Was ist mit der Liebe? In unserem Leben wird sie mit uns verschwinden? Was ist mit der Liebe? Was wird aus ihr, wenn die Zeit ihren Preis verlangt? Was ist mit der Liebe? Was wird aus ihr, wenn ein Herz in den Handel gelangt? Was ist mit der Liebe? Was ist mit der Liebe? Was soll schon sein mit ihr? Sie kommt und sie geht und sie bleibt und sie dreht sich mit dir und sie dreht sich mit mir.